Hi, ich bin Mila und mein magisches Haustier Morphel kann sich in alles verwandeln, was ich will. Ich muss was erledigen, Morphel. Aber es ist geheim. Du kannst nicht mitkommen. Morphel, Morphel, komm mit! Nein, Morphel, das ist nicht erlaubt. Auf Wiedersehen, Morphel. Oh, was ist los, Morphel? Papa, Papa, weißt wohin? Mila? Nein, tut mir leid, Morphel. Yeah! Mila! Mila! Was ist los, Morphel? Mila hier? Nein, Morphel, sie ist nicht hier. Mila! Mila hier? Was? Nein, Mila ist nicht hier. Nein, Morphel, sie ist nicht hier. Mila ist im Zoo? Oh, nein, Morphel, sie ist nicht hier. Mila nicht hier? No, Morphel. Wo ist Mila? Wo ist Mila? Morphel weint? Wo ist Mila? Nicht in meiner Stadt. Komm schon, Morphel. Ich wette, Mila wartet zu Hause auf dich. Nicht so schnell, Morphel. Mila, du hast noch gar nicht im Hinterhof gesucht. Überraschung! Mila! Mila! Neun bis sieben. Zeit für Verbrecherjahr. Gleich nach dem Zähneputz. Hey, Mila und Morphel. Ihr beide habt einen Anruf. Oh, von wem denn? Ich bin es. Der Eismann. Ich habe eine neue Eissorte gefunden. Aber ich bin auf der anderen Seite der Welt. Und es ist nicht mehr viel übrig. Oh, nein. Keine Sorge, Herr Eismann. Wir kommen zu dir. Da ist Morphel. Wenn er es zuerst zum Eismann schafft, wird er das ganze Eis aufessen. Nein! War das noch ein Morphel? Nein! Oh, nein. Mein Auto. Wie werde ich ohne mein Polizeiauto Kriminelle fangen? Wir müssen Polizist Freeze helfen, sein Auto zurückzubekommen, Morphel. Vielen Dank, Mila und Morphel. Ich glaube, Orphel weiß nicht, was am schnellsten im Wasser fährt. Aber ich weiß es. Verwandle dich in ein Schnellboot. Tschüss. Tschüss. Oh. Mäh. Ha, 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 ha. Oh. Puh, danke, Morphel. Wir sind jetzt im Dschungel. Verwandle dich in einen Affen. Ein Rennauto kann im Dschungel nicht schnell fahren, Morphel. Wir müssen dem Affen helfen. Morphel? Oh nein, es ist Orphel. Orphi! Klingt, als hätte Orphel es vor uns geschafft. Du hast alle meine Eise gegessen. Oh nein! Wir sind zu spät dran, Morphel. Keine Sorge, ich habe nur so getan, als hätte er all das Eise gegessen, damit er weggeht. Es gibt noch mehr als genug für dich und dich, Herrn Affen und sogar für mich. Danke, Herr Eismann. Hey, Mila, guck mich an. Ich sehe dich nicht, Papa. Schau hoch! Hi! Das ist so cool! Ja! Orphel weh auch! Was? Orphel! Lustiger, Papa. Lass mich los, Orphel! Orphel weh auch! Ist das nicht toll? Nein, ist es nicht! Oh, ich habe eine Idee. Machen wir einen Rennen. Was? Das wird lustig. Okay, wer zuerst auf der Bergspitze ist, gewinnt. Auf die Plätze. Fertig. Los! Nein! Hör auf! Wow! Die sind aber schnell. Sie rennen um die Wette zur Bergspitze. Ich habe einen Preis dafür. Los geht's! Du hast ihm den Weg abgeschnitten. Wow! Ziemlich schlau! Haha! Gut gemacht, Morphel. Ich fühle mich so stark wie noch nie. Hahaha! Ich glaube, ich kenne eine Abkürzung. Da lang, Morphel! Juhu! Wir haben sie abgehängt, Orphel! Ja! Hahaha! Was? Tu etwas, Orphel! Das war toll! Da ist der Berg! Morphel, so müde! Morphel, auch müde! Ich werde für dich das Rennen gewinnen, Morphel. Oh nein, wirst du nicht! Höh! 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 Wer hat gewonnen? Ich glaube, es ist unentschieden. Unentschieden? Oh-oh! Keine Sorge, Mila. Ein guter Preisverleiher hat immer zwei Preise dabei. Das war toll, Morphel. Haha! Das hat tatsächlich Spaß gemacht. Oh! Wow! Wow! Morphel, verwandle dich in einen Superhelden. Oh! Huch! Danke, Morphel, der Superheld. Hehehe! Wow! Orphel sollte auch ein Held sein. Orphel! Oh nein! Hahaha! Wir müssen ihn fangen. Haha! Morphel auch Superheld! Ah! Danke, Morphel! Hahaha! Ah! Ah! Hilfe! Nein, nicht in meiner Stadt! Ah! Bringen wir den Tiger zurück in den Zoo. Okay! Ah! Huh! Tada! Ah! Ah! Oh nein! Schnell, Morphel! Hol den Tiger hier raus! Wow! Na, sieh mal einer an! Ein Meteor! So viel Stück Meteor! Erfie! Oh, jetzt fliegt der Meteor auf die Erde. Sieh dazu! Oh nein! Halte den Meteor auf, Morphel! Gut gemacht, Morphel! Du hast den Meteor gestoppt! Du bist ein echter Superheld, Morphel! Hä? Lass uns los! Wir brauchen eure Hilfe, um Morphel zu fangen! Hilfe! Hilfe! Oh nein! Wir müssen ihnen helfen! Erfie Superheld, hilf! Hm! Erfie, stopp! Es ist eine Falle! Erfie, hilf! Wir haben dich gefangen, Morphel! Moment mal, das ist nicht Morphel! Das ist Orphel! Hier ist Morphel! Orphel, kannst du Polizist Freeze herholen, um die Banditen zu verhaften? Was ist das hier? Ah, die Banditen! Ah, danke, Orphel! Danke, dass du uns gerettet hast, Orphel! Du bist ein echter Superheld! Hehehehe! 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 Mila, Morphel! Ich hab Limonade für euch gemacht! Limonade! Oh, oh, oh! Ups! Oh, äh... Ich räum' später auf! Zuerst muss ich mein Buch zu Ende lesen! Oh, nein! Morphyturm! Mila! Du zerstörend Morphyturm! Ich hab' deinen Turm nicht zerstört! Oh! Du hast meine Zeichnung ruiniert, Morphe. Nein, Morphe nicht. Nein, nein. Wie wäre es, wenn ihr zwei was anderes machen würdet? Ja. Klar. Ich bin Professor Evel. Mr. Action ist hier, um dich zu stoppen. M-M-Morph ist Mr. Action. Ähm, klar. Ich habe eine Maschine gebaut, die jeden sofort einschlafen lässt. Oh nein, Mr. Action stoppt dich. Piu, 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 piu. Das ist so spannend. Ah. Hm, ich räume das mal weg. Hm, okay. Ha, wo war ich noch? Du hast noch nicht gewonnen, Mr. Action. Mit der Hilfe von... Hm, wo ist die Truhe hin? Mr. Action! Hm, warum hast du die Truhe wegeräumt? Morphe nicht weg, Truhe! Oh, Mila, bau es wieder auf! Dein doofes Gebete nicht zerstört! Gebete nicht doof, Mila ist doof! Weißt du was? Ich werde ohne dich weiterspielen. Nein! Morphe spielen ohne Mila! Morphe spielen ohne Mila! Da, 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 da. Wisch! Oh! Oh! Keine Mila! Kein Spaß! Oh! Ach! Ich weiß nicht, was ich zeichnen soll! Morphe hätte bestimmt eine Idee. Das war ein tolles Buch! Morphel tut leid. Ich hätte nicht so wütend werden sollen, dass du meinen Buntstift gebrochen hast. Oh, das war nicht Morphel. Das ist leider mir passiert. Was? Was? Oh, hast du denn auch Morphels Turm umgestoßen? Ähm, ja. Und das Spielzeug weggenommen? Ähm, ja. Und zerstört Stöckchen Gebäde? Äh, vielleicht. Mit mir und Morphel wieder Freunde? Na klar. Tut mir leid, dass ich das alles angestellt habe, ihr zwei. Es tut mir leid, dass ihr wegen mir gestritten habt. Darf ich denn auch euer Freund bleiben? Na klar, Papa. Ja. Ja. Fang den Ball, Morphel. Oh, wow. Das war schnell. Wirf ihn zurück. Willst du nicht fangen spielen, Morphel? Ähm, Morphel will nicht fangen spielen. Okay. Willst du lieber etwas zeichnen? Morphel will nicht zeichnen. Was willst du denn dann machen? Oh, willst du vielleicht Versteckung spielen? Hm, vielleicht. Okay. Fang an zu zählen. Nein. Morphel, soll ich dir eine Geschichte erzählen? Als der Junge zu dem Haus lief, öffnete sich die Tür von alleine und er hörte eine gruselige Stimme. Morphel mag Geschichte nicht. Wow. Dir passt heute ja gar nichts, Morphel. Hm. Sollen wir vielleicht zum Strand fahren? Das halte dich immer auf. Schneller. Hä? Morphel, pass auf. Sorry. Lass uns eine Sandburg bauen, Morphel. Hä? Wo willst du hin, Morphel? Fertig. Hm. Lass uns woanders hin. Sieh nur, wie viel Spaß Sie haben, Morphel. Hey, Morphel, das ist nicht nett von dir. Popkorne, leckeres Popkorne. Ma, ma, das ist ein hungriger kleiner Gefährte, nicht wahr? Wow. Morphel, hast du heute Morgen gefrühstückt? Nein. Morphel wollte nicht Frühstück. Morphel wollte spielen. Ach so, darum warst du heute also so schlecht rauf. Du hast noch nichts gegessen. Oh. Also, Morphel, hau rein. Geht's jetzt besser, Morphel? Ja. Ja. Fühlst du dich jetzt besser nach dem Essen? Ja. Jetzt Morphel glücklich. Hi, Morphel. Oh, wie fühlst du dich? Morphel ist okay. Arme Morphel, du bist wohl noch immer krank. Du brauchst viel Ruhe, um gesund zu werden. Keine Sorge, Morphel. Papa und ich kümmern uns um dich. Hi, Mila. Hi, April. Kommst du mit Morphel raus, um zu spielen? Ich würde gerne spielen. Aber Morphel ist krank. Und ich hab versprochen, mich um ihn zu kümmern. Morphel auch spielen. Hatsch. Nein, Morphel, du brauchst jetzt ganz viel Ruhe. Aber, 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 aber. Nein, Morphel. Du kannst rausgehen, Mila. Ich kümmere mich um Morphel. Danke, Papa. Ruhe dich gut aus, Morphel. Wiedersehen, Morphel. Also dann, Morphel. Ich kann dir ja vielleicht eine Geschichte vorlesen. Morphel will spielen, Mila. Morphel, gleich zurück. Mila, wo ist Mila? Morphel, gerne, außen. Ach so. Morphel, sucht nach, nach, zu. Morphel, sorry. Weg mit dir, gemeiner Jäger. Los. Ach so. Gesundheit. Oh, mein Glücksschilfrohr hat mich mal wieder gerettet. Mua. Mila, du da? Mila. H, 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 schu. Mila. Mila. Morphel. Mila. Mila. Was machst du denn draußen? Morphel will spielen. Aber du bist krank. Du brauchst Ruhe. Ab nach Hause, Morphel. Ich bleib bei dir. Ach so. Morphel, nicht krank. Oh, wie toll, Morphel. Ach so. Oh, oh. Diese Giraffe sieht krank aus, Morphel. Oh, Mila. Morphel. Wie schrecklich. All die Tiere hier haben die Tiergrippe. Und müssen dringend zum Doktor. Wir können helfen, Zoo-Wert erkennen. Morphel, verwandle dich in einen Krankenwagen. Kommt rein, allesamt. Und euch wird es schon bald deutlich besser gehen. Bist du nicht froh, dass die Tiere jetzt beim Doktor sind, Zoo-Wert erkennen? Doch, natürlich. Ich bin froh darüber, Mila. Aber heute Nachmittag kommen eine Menge Leute zum Zoo. Und da werden keine Tiere sein, die sie besuchen können. Hm. Ich denke, ich weiß, was sie tun können. Los geht's zum Zoo. Morphel, verwandle dich in einen Känguru. Großartige Idee, Mila. Das könnte funktionieren. Schau, Großmutter. Ein Känguru. Morphel, verwandle dich in einen Tiger. So wette, Kenneth. Wo ist die Giraffe? Ich glaube, es ist auf einem der Bäume. Das ist sein Lieblingsplatz. Wow, das war fantastisch. Affen. Hey, ist denn jemand zu Hause? Keine Elefanten. Eigenartig. Schnell, Morphel. Du musst zu einem Affen werden. Nein. Elefant ist viel wichtiger. Mach etwas, Morphel. Hallo. Affen. Was? Ein Elefant? Da steht, dass du eigentlich ein Affe bist. Sagten sie, Elefant? Wo ist er? Was? Morphel, verwandle dich in einen Delfin. Und einen Löwen. Wo sind die Papageien? Sind die Krokodile noch am Schlafen? Morphel, du musst dich schneller verwandeln. Was für ein fantastisches Tier. Das ist das coolste Tier überhaupt. Gut gemacht, Morphel. Gut gemacht, Morphel. Untertitelung des ZDF, 2020